Heute bei uns im Test die Canon EOS M6, das kleine Schwestermodell, wenn man so möchte, von der EOS M5. Technisch fast identisch, allerdings 300 Euro günstiger. Wo es Einsparungen gab, das erfahrt ihr jetzt. Größte Änderung an der Canon EOS M6, auch im Vergleich zur M5, das ist der fehlende Sucher hier oben drauf und natürlich auch schon der größte Einsparpunkt wir kennen, denn so ein elektronischer Sucher kostet schon mal jede Menge Geld. Das Display auf der Rückseite ist 0,2 Zoll kleiner und löst auch mit etwa 30 Prozent weniger Pixeln auf. Sonst aber relativ gleich geblieben, die Anordnung der Einstellräder hat man noch ein bisschen verändert. Aber sonst ein gutes Gehäuse, Magnesium im Grundbody, ein bisschen erweitert, um Kunststoff, fässt sich soweit gut an. Hier unten der Abdeckel für das Akkufach könnte noch ein bisschen schöner verarbeitet sein. Das war es aber sonst eigentlich schon an Kritikpunkten von der M6 in Sachen Verarbeitung. Hört ihr das? Das ist der Serienbildmodus der Canon EOS M6, gerade auch in Warplus JPEG. Das heißt, jede Menge Daten, die ihr da abspeichern müsst. Je nach Speicherkarte schafft ihr so 2,5 bis 3 Bilder pro Sekunde, wenn der Puff einmal voll ist. Davor geht es mit knapp 6 Bildern pro Sekunde nochmal deutlich flotter zur Werke. Insgesamt also ein guter, robuster Serienbildmodus hier in der Canon EOS M6. Damit bedingt eigentlich auch tauglich für Sport- und Wildlife-Aufnahmen. Das Problem ist hier weniger die Kamera als vielmehr die Objektivauswahl bei der Canon EOS M-Serie. Ihr könnt zwar über Adapter auch alle anderen normalen Canon EOS Objektive hier dran montieren, aber eben formell nativ wirklich nur die EF-M-Serie. Und da gibt es bisher ein bisschen wenig für Sportfotografen. Autofokus kommt hier vom Sensor, genauer in dem Fall ein Dual Pixel CMOS AF. Der ist ziemlich flott geworden. Das passende Objektiv vorausgesetzt, stellt er in Sekundenbruchteilen scharf. Also auch da schon mal gute Grundvoraussetzungen. Was vielleicht ein bisschen besser sein könnte, das ist noch das Fokus-Tracking. Aber insgesamt, wie gesagt, ein ganz gutes Ergebnis. Und beim Tracking, sobald es um Gesichter geht, ist der Dual Pixel CMOS AF auch wieder gut dabei. Nun aber geht es um den Videomodus. Der Canon EOS M6 und wie ihr schon hören könnt, jetzt mit einem externen Mikrofon auch aufgenommen. Allerdings gerade viel wichtiger in dem Moment, das ist der Video Autofokus. Wie gut und wie weich kann der mein Gesicht tracken und nachverfolgen? Und wie ihr schon sehen könnt, funktioniert das Ganze wirklich wieder sehr schön weich und fließend. Zumindest, wenn man denn ein STM Objektiv auf die M6 draufgeschraubt hat. Sonst leider wenig Erwähnenswertes. Beide Canon EOS M6 im Bereich Videomodus. 4K Video nicht mit drin, 120 Bilder pro Sekunde in Full HD auch nicht mit drin. Aber immerhin 60 Bilder pro Sekunde schafft ihr mit der EOS M6. Das ist, glaube ich, soweit ganz in Ordnung. Für Vlogger eine gute Kamera. Ich habe übrigens auch ein komplettes Review aufgenommen mit der EOS M6. Das Unboxing zur 77D, auch mit dem integrierten Mikrofon. Könnt ihr einfach für euch mal entscheiden, ob es für euch reichen würde. Das Display könnt ihr um 180 Grad nach oben klappen. Allerdings eben nur, wenn kein allzu großes Mikrofon montiert ist. Und selbst wenn ein kleineres drauf ist, seht ihr halt nicht mehr viel. Deswegen so mein kleiner Kritikpunkt, ein Display zur Seite rauszuklappen, ist einfach sinnvoller, wenn man oben ein Mikrofon montieren kann. Wo wir schon beim Sensor sind oder waren, bleiben wir da noch einen kurzen Moment. Also Bildqualität jetzt das Thema. Weiterhin verbaut der 24 Megapixel-Sensor mit Dual-Pixel CMOS AF. Das heißt von der Bildqualität her keine Änderung zu EOS M5 oder 80D. Da setzt man also auf die gleiche Technik hier in der M6. Zum Glück, denn sowohl von der ISO-Performance, also so bis ISO 3200, kann man den Sensor gut nutzen. Je nachdem, wie groß ihr es drucken oder am Netz nutzen wollt. Vielleicht auch bis ISO 6400. Das wäre da zumindest so grob meine Schmerzgrenze. Aber auch beim Dynamikumfang, also gerade für Landschaftsaufnahmen, ist er besser geworden als die vorherigen Canon-Sensoren. Man macht insgesamt also hier nichts falsch mit dem Sensor und kann, gutes Objektiv vorausgesetzt, auch sehr scharfe Aufnahmen damit erzielen. Das heißt auch da keine echten Schwächen. Beide Canon EOS M6. Mein Fazit zur Canon EOS M6. Eine ziemlich robuste, kompakte Systemkamera. Größter Unterschied zur M5, wie bereits eingangs erwähnt, das ist eigentlich nur der fehlende Sucher hier oben drauf. Damit spart ihr gleich mal 250, 300 Euro, je nach Kit-Version, die ihr euch kauft. Und wenn ihr sagt, ihr könnt eigentlich auf den Sucher verzichten, ist es natürlich preislich ein sehr attraktives Paket, das ihr da mit der M6 bekommt. Denn der Bildsensor ist gut, Autofokus ist gut, Videomodus auch, WiFi plus App-Anbindung, alles gut gemacht soweit in der Canon EOS M6. Das heißt, es ist wirklich preis-leistungstechnisch deutlich besser als die M5, wenn ihr eben auf den Sucher verzichten könnt. Und von der Verarbeitung her ist es auch okay. Natürlich fehlen Premium-Features wie ein 4K-Videomodus leider immer noch. Das kann noch ein bisschen dauern, bis das endlich bei Canon kommen wird. Insgesamt aber, wie gesagt, von der Canon EOS M6 finde ich ein ganz überzeugendes Paket. Was sagt ihr? Schreibt es doch mal gerne unten in die Kommentare hinein.